Durch eine Reihe von Faktoren sind die Lebensbedingungen für Pilze immer günstiger geworden. Pilzerkrankungen nehmen zu. Übertriebene, vor allem unsachgemäße Hygiene beeinträchtigt den physiologischen Säure-Fettmantel der Haut, schaffen die Basis für Pilzinfektionen. Unsere Kleidung ist nicht mehr ausreichend atmungsaktiv. Synthetik ersetzen Woll- und Baumwollfasern. Gummi und Kunststoffe verdrängen das Leder. Es entstehen feucht-warme Klimazonen, auf der Haut, zwischen den Zehen, in den Axillen. Pilzbrutstätten. Die Pilze kommen. Sie besiedeln vorwiegend die Haut, die Haare, die Nägel. Keine Region der Haut bleibt verschont. Pilzerkrankungen sollten heute, mehr denn je, ernst genommen und konsequent behandelt werden. Bei jeder eczematisierten, allergischen oder entzündlichen Hautaffektion sollte auch an eine Pilzinfektion gedacht werden. Der Patient sagt nicht alles und ist nicht in der Lage, mögliche Zusammenhänge zu erkennen. Einige Krankheitsbilder sind klinisch leicht zu diagnostizieren. Zum Beispiel die Pythiriasis versicolor oder das Erythrasma. Hier kann im Normalfall aus den klinischen Erscheinungen direkt auf den Erreger geschlossen werden. Die Diagnose durch den klinischen Blick allein ist mit gewissen Unsicherheiten belastet. Eine Verdachtsdiagnose kann durch ein Nativpräparat gesichert werden. Es ist ohne großen Aufwand anzufertigen und zeigt Pilzelemente wie zum Beispiel Mycel oder Sporen. Die Diagnose Pilzinfektion wird im Allgemeinen durch das klinische Bild und das Nativpräparat gestellt. Eine Kultur ermöglicht die genaue Pilzbestimmung. Aus diagnostischen und therapeutischen Gründen wird die Einteilung der Pilze nach klinischen Erregergruppen in das DHS-System vorgenommen. D gleich Dermatophyten, H gleich Hefen, S gleich Schimmelpilze und sonstige. Eine Klassifizierung nach der klinischen Lokalisation sagt nichts über die möglichen Erregerarten aus. Früher gab es nur Wirkstoffe, die lediglich gegen Dermatophyten oder Hefen und Schimmelpilze wirksam waren. Die Differenzialdiagnostik war in jedem Fall erforderlich. Wenn aber keine kulturelle Differenzierung möglich ist oder das Ergebnis nicht abgewartet werden kann, dann ist ein Breitspektrum Antimykotikum das Mittel der Wahl. Penetration. Ein weiteres Problem in der lokalen Therapie der Mykosen. Es ist nicht damit getan, nur klinische Symptome zu beseitigen. Der Pilz muss auch in der Tiefe der Epidermis vernichtet werden. Erst dann können Rezidive ausgeschlossen werden. An ein modernes Antimykotikum können zwei wesentliche Forderungen gestellt werden. Erstens, Breitspektrumeffekt mit hoher Wirkungsintensität. Zweitens, Penetration bis in den Herd der Infektion bis ins Stratum Germinativum. Und Pilzinfektionen in der Gynäkologie? Hygiene, Kleidung und Iatrogenefaktoren wie Ovulationshemmer und Tetrazykline sind als prädisponierende Faktoren für Vaginalmykosen im Gespräch. Sie sind häufig bei Frauen im geschlechtsreifen Alter. Besonders hoch ist die Quote der Candida-Infektionen bei Schwangeren. Als Folge davon werden während der Geburt die Häfen häufig auf das Neugeborene übertragen. Die schwache Abwehrlage erhöht das Risiko. Jedes Neugeborene hat ein Anrecht auf pilzfreie Geburtswege. Jede Frau sollte pilzfrei zur Entbindung kommen. In der Schwangerschaftsbetreuung und bei der Krebsvorsorge wird deshalb auch auf Pilze geachtet. Pilze können auch gemeinsam mit Trichomonaden vorkommen. Eine Therapie ist dann optimal, wenn beide Erreger gleichzeitig vernichtet werden. Canesthen ist ein neues Breitspektrum-Antimykotikum mit Fungizider und Trichomonazider Wirkung. Canesthen vernichtet Pilze. Alle. Canesthen befreit das pilzbesetzte Gebiet gründlich. Ohne Nebenwirkung. Canesthen. Neu von Bayer.